Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und damit auch einen wunderschönen guten Morgen in die Runde, einen wunderschönen vierten Advent, krass, vierter Adventure. Heute kommt auch noch der vierte Teil vom Beginner Guide dann endlich online. Damit ist die Reihe dann abgeschlossen, nur schon mal so ein kleiner Reminder von meiner Seite aus. Momentan traden wir bei ungefähr 16.700 US-Dollar, wenig Bewegung, klar, es ist Wochenende, trotzdem müssen wir auf ein paar Level auf jeden Fall achten. Wir haben eine neue Psy-Range, wir haben ein neues Daily Open, es ist Sonntag, die Richtung wird wahrscheinlich vorgegeben für die nächste Woche. Doch bevor wir starten, lasst doch dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne die Glocke aktivieren und in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe kommen. War jetzt die letzten Tage ein bisschen ruhiger, was Signale anbelangt, aber gut, der Markt hat wenig hergegeben, die Long-Position läuft weiterhin, also daran hat sich nichts geändert. Und jetzt würde ich sagen, starten wir durch, wie gesagt 16.700 US-Dollar. Wir befinden uns hier in so einer Art, ja kann man schon sagen, Rising Wedge, ist zwar jetzt auf den kleineren Timeframes nicht so effektiv, trotzdem, wir kriegen einen höheren RSI, das Volumen nimmt trotzdem weiter ab, also ein bisschen steigende Kurse. Der erste Take-Profit wurde noch nicht gehittet, der liegt weiterhin bei 16.800 US-Dollar, einfach aufgrund dieser Ineffizienz, die wir hier oben noch haben. Und was jetzt auch noch dazu kommt, wir haben unser Psy-High knapp da drunter, also es wird hier relativ eng werden mit dem Stop-Loss, ich habe irgendwie ein ganz, ganz ungutes Gefühl. Von unserem Rising Wedge, wenn man das so nennen darf, hätten wir ein Preisziel bei ungefähr 16.500 US-Dollar, also wäre genau da, wo eigentlich momentan unser Entry liegt. Genau da liegt auch unser Last-Week-Low, kommt auch noch dazu. Und was jetzt auch noch die letzten Stunden passiert ist, wir haben noch so eine blaue Vector-Cannon, das heißt eine Stopping-Volume. Die Kurse wurden aggressiv wieder nach unten hingedrückt, also auch kein wirklich gutes Zeichen und wir sind unter dem Daily Open, den wir jetzt schon zweimal getestet haben. Also momentan, nach jetzigem Stand, sieht alles eher dafür aus, dass wir doch nochmal ein bisschen runtergehen, also so ein kleiner doppelter Boden jetzt auf den größeren Time-Frame, sage ich jetzt mal, würde wahrscheinlich das Ganze nochmal ein bisschen bullischer machen, zumindest für eventuell den Wochenabschluss. Denn wenn wir jetzt mal auf den Daily-Chart blicken, wir machen mal ganz kurz die Vector-Cannon wieder aus, weil das verwirrt wieder nur, sehen wir einfach, dass wir unser letztes Low einfach hier hatten, bei ungefähr 16.870. So, den letzten Low-Schlusskurs hatten wir aber bei 16.826 und das wäre meines Erachtens das erste Ziel. Kriegen wir ein Daily-Close, beziehungsweise jetzt auch ein Weekly-Close darüber, ist es vielleicht nochmal so, dass wir gerade so die Kurve gekriegt haben. Schaffen wir es nicht, bin ich eindeutig bearish für die nächste Woche und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir einfach noch mindestens die 15.8, wenn nicht sogar die 15.000er Marke nächste Woche ankratzen. Die Vorzeichen sind nicht gut, wir haben ja schon im Wochenausblick darüber geredet, dass auch die traditionellen Märkte jetzt so langsam aber sicher an die Widerstände kommen. Wir haben nächste Woche noch ein paar Zahlen, wie das Bruttoinlandsprodukt, Immobilienmarkt, Arbeitslosenzahlen, die dann nochmal zusätzlichen Dämpfer geben könnten und wir haben einen DXY, der langsam aber sicher wieder so ein bisschen in den Erholungsmodus kommt. Also wir müssen da extrem aufpassen. Also wichtig wäre es auf jeden Fall ein Close über der 16.829-Punkte-Marke. Wäre besser natürlich, wenn wir den Wick hier, den wir hier gebildet haben, bei 16.880 auch noch drüber kommen. Also ich sage mal so, Mindestziel 16.900 US-Dollar, um ein bisschen Hoffnung zu haben. Heißt aber nicht, dass wir natürlich in den kleineren Timeframes nicht trotzdem dann zu Beginn der Woche oder zu Anfang der nächsten Woche dann hier nochmal runterkommen können in Richtung 16.500 US-Dollar. Also momentan spricht mehr für eine Korrektur, einfach nochmal, weil das Volumen schwach ist. Wir haben stärkeren RSI, es tut sich hier sehr, sehr wenig. Wir können jetzt hier noch ein paar Stunden konsolidieren, wie gesagt. Und dann wird sich zeigen, ob wir hier das Breakout kriegen und dann nach unten eben gehen, um die 16.500 US-Dollar nochmal anzulaufen. Dann würde die Hoffnung auf dem doppelten Boden bestehen. Und dann, wie gesagt, wäre das Ziel ungefähr 17.200 bis ungefähr 17.500 US-Dollar, weil wir hier oben noch eine kleine Supply haben. Wir haben hier noch eine Ineffizienz liegen, also es wäre dann so das Ziel. Dass wir uns nochmal ein korrektives hochholen. Das ist dann die Variante, die wir gestern beim S&P 500 angesprochen haben, wo ich ja noch hoffe, dass wir da nochmal so ein kleines Doppeltop reinkriegen. Würde dann für Bitcoin natürlich auch bedeuten. Mal als Beispiel, wir gehen jetzt hier runter Richtung 16.500 US-Dollar. Kommen hier hoch, dann wäre der SPX, also S&P 500, auch ungefähr bei seinem Doppeltop. Und dann kriegen wir ein Lower Low. Also es ist alles noch nicht raus, auch dass wir noch dieses Wyckoff-Pattern, was Sascha ja gestern in die Gruppe oder vorgestern schon in die Gruppe gepostet hat, dass wir hier wirklich noch diese Spring-Phase kriegen in dem Bereich der 15k und dann so langsam aber sicher den Boden bilden. Würde weiterhin zu der Theorie passen für das Quartal 2022. 2022, Bodenbildung, die ersten zwei, drei Monate dann ein bisschen gedämpfte Erwartungen, sage ich jetzt einfach mal, an die Charts. Und dass wir dann so langsam aber sicher wieder in den bullischen Modus kommen und vielleicht sogar 2023 dann wieder in Richtung 30k kommen. Aber momentan, wie gesagt, ist alles ein bisschen zu bearish. Es wird jetzt auch keine neuen Trades mehr eingehen. Klar, der Long läuft noch, der bleibt jetzt auch offen. Aber ansonsten würde ich jetzt erstmal davon abraten, die nächste Short Opportunity wäre dann hier oben in dem Bereich um 17.300 US-Dollar. Ansonsten, wie gesagt, Daily Close wichtig. Wir schauen noch ganz kurz zu Ethereum. Auch hier weiterhin das Szenario lasse ich einfach mal ein bisschen noch drin für den doppelten Boden. Hat auch den Aspekt, wir haben jetzt auch hier natürlich ein Rising Wedge bilden. Also es ist sehr, sehr ähnlich zu Bitcoin. Auch hier können wir mal ganz kurz in den Traders Reality Indikator reingucken, was sich hier tut. Wir sind auch schon ans Psi High gekommen. Die Range ist deutlich größer als bei Bitcoin natürlich. Aber auch hier haben wir schon ein Stopping Volume bekommen direkt an unserem Psi High. Also auch nicht wirklich gute Vorzeichen, zumindest für den heutigen Tag. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Ihr kennt Traders Reality Indikator jetzt schon länger. Und was ich auch dazu gesagt habe, wir bilden immer einen doppelten Boden, wenn es nach oben geht. Und das wäre natürlich jetzt die Chance für die nächste Woche, dass wir unseren doppelten Boden bilden. Montag und dann Dienstag das Breakout nach oben hin starten. Dass wir wieder so ein Dreiteiler, also auch, keine Ahnung, nach Elite Welfen müsste es, glaube ich, dann fünfteilige Welle sein. Oder Dreiteile, keine Ahnung, ich habe davon keinen Plan. Aber diese drei Pumps nach oben würde dann nächste Woche ganz gut passen. Und dann hier oben die Ineffizienz bei ungefähr 1266 abzuholen. Das wäre jetzt zumindest das Ziel. Daily Close, Weekly Close brauchen wir hier nicht ansprechen. Aber, wie gesagt, hier oben, das ist so die Welle, die ich mir vielleicht bis Ende der Woche, nächste Woche nochmal vorstellen könnte. Da hätten wir ein korrektives Hoch zu Weihnachten. Dann die nächste Woche, dann vielleicht kurz vor Silvester nochmal ein kleiner Crash mit tieferen Tiefs. Und dass wir dann möglicherweise den Boden gefunden haben. Die Aussichten sind nicht gut. Aber das ist jetzt das, was meines Erachtens am meisten Sinn gibt. Durch eben jetzt unsere Psy-Range. Wir hätten einen doppelten Boden hier. Der würde da wiederum zum Trader's Reality passen. Ja, wir hätten das Rising Wedge, was nach unten bricht. Doppelter Boden. Dann eben diese dreiteilige Impulswelle nach oben hin. Also, Hoffnung ist noch nicht begraben. Die Ineffizienzen werden früher oder später geholt. Und da wird es sich dann auch meines Erachtens entscheiden. Weil hier oben dann natürlich auch das Golden Pocket liegt. Wie geht es weiter? Schaffen wir es darüber? Werden wir zurückgewiesen? Dann geht es nochmal deutlich nach unten. Gut, dann schauen wir uns Cardano an. Cardano habe ich gestern leider nicht ins Video gepackt. Habe ich überhaupt nicht daran gedacht. Aber Cardano hat es ordentlich erwischt. Unser Falling Wedge hat jetzt erstmal ein Fake-Out gekriegt. Beziehungsweise erstmal ein Break-Out nach unten. Auch mit Daily Close da drunter. Also kein gutes Zeichen meines Erachtens nach. Klar, wir können das jetzt auch ein bisschen bescheißen. Und sagen, ah ja, wir nehmen den Wig mit. Dann würde es wiederum passen. Ich bleibe jetzt aber erstmal dabei. Ansonsten, wir könnten nochmal die zweite Linie ziehen. Jetzt mit dem Daily Close. Würde natürlich das ganze Ding jetzt verfälschen. Und würde mich jetzt ganz ehrlich unglaubwürdig machen. Momentan sind wir nach unten hin ausgebrochen. Wir haben die Support-Zone gebrochen. Und wenn es ganz, ganz übel läuft. Ganz ehrlich, fallen wir hier auch nochmal in den Bereich der 0,18. Der nächste Support liegt bei ungefähr 0,22. Den können wir mal ganz kurz anzeichnen. Das ist hier dieses Low. Ansonsten, die 0,18 wäre dann der nächste Support. Wäre dann noch erstmal nächstes Nachkauf-Level. Also 0,22, 0,18. Das sind die nächsten Nachkauf-Level für alle, die Cardano interessiert sind. Vorher werde ich auch nicht mehr einsteigen, weil wir jetzt genug Nachkauf-Level auch bei Cardano hatten. Die Chance war da für einen Break-Out. Cardano hat sie nicht genutzt. Jetzt müssen wir Step-by-Step gucken. Und bevor ich jetzt hier blind wieder reinkaufe und möglicherweise noch einen 15 oder sogar 30% Drop verpasse, warte ich hier lieber ab. Trading ist auch einerseits sehr, sehr lange warten. Kurz nochmal zu Chainlink. Haben wir ja gestern darüber gesprochen. Okay, wir haben hier die Ineffizienz komplett gefüllt. Gutes Zeichen. Nochmal ein bisschen abgeholt hier. Also daran gilt es jetzt hier, ein bisschen Support reinzukriegen. Schaffen wir es hier nicht über das Golden Pocket wieder rein, ist es für mich wahrscheinlich ein sehr, sehr klares Short-Signal, dass wir hier doch nochmal tiefer in den Bereich der 5 Dollar gehen. Und dann wären wir einfach wieder da, wo wir die letzten Monate immer wieder rumgegrault sind. Immer wieder in unserer großen Seitwärts-Range. Also Akkumulationsphase sind wir hier weiter bei Chainlink. Tut sich reichlich wenig. Gut, dann zu den News. Japans größtes Energieunternehmen will Bitcoin-Mining starten. Dürftet ihr wahrscheinlich schon mitbekommen haben. Ganz gute News. Frage ist nur, also in der momentanen Zeit bringt es halt einfach nichts. Also zumindest nicht Chart-Technisch oder Sonstiges. Außer im Trading sowieso nicht noch News. Aber ist wiederum ein weiterer großer Schritt, sage ich mal, für die Zukunft. Und ja, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns dann um, ich glaube 12 Uhr kommt der Beginner-Guide Teil 4, wie setze ich den ersten Trade. Und um 15 Uhr kommt dann noch ein Video zu, nee, ich sage es nicht, zu einem Pre-Sale. Könnt ihr euch gerne angucken, würde ich mich riesig darüber freuen. Und auch gerne Feedback. Aber nochmal als kleiner Ding dann für das Video um 15 Uhr. Ich werde dazu wahrscheinlich nochmal einen zweiten Teil machen, wenn die Seite dann online ist. Gut, das war es von meiner Seite. Lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne in die Telegram-Gruppen joinen, wenn ihr Bock habt auf Talk und natürlich kostenlose Signale. Würde ich mich darüber freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Wir hören uns heute noch zweimal. Bis dahin. Ciao, ciao. Und stay crypto.